Herzlich Willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Hey Live von Andreas Burrani in der Deluxe Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und der Deluxe Edition, sowie natürlich auch die Links zum Album und zu dieser Edition findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Hey Live von Andreas Burrani, das Ganze aus dem Jahr 2015. Wir haben hier mal wieder eine Deluxe Edition aus dem Bereich Pop. Jawohl, das hier ist es. Hey Live, das erste Live Album von Andreas Burrani. Hey ist das zweite Album von ihm gewesen und das Ganze jetzt auch entsprechend live veröffentlicht. Auf dem Cover lesen wir hier in so einer mehr oder weniger Edelstein-Optik, also rein so von der Form her diamantmäßig, den Schriftzug Hey. Oben rechts Live, Andreas Burrani darunter und unten links haben wir genau diesen abgebildet, gerade in seinem Element hier auf der Bühne stehend und singend. Zusätzlich haben wir auch noch hier einen FSK 0 Hinweis, der ist allerdings nur aufgeklebt worden, bedeutet man kann den auch entfernen, was ich dann auch definitiv tun werde. Auf der Seite lesen wir hier Andreas Burrani, Hey Live. So sieht das aus. Und auf der Rückseite haben wir Barcode, beteiligte Labels und eine Tracklist. Die Tracklist unterteilt sich auf zwei CDs, zehn auf CD1 und nochmal neun auf CD2, bedeutet 19 Tracks gesamt. Und wir lesen hier zusätzlich auch noch Blu-Ray und DVD. Somit werden wir hier vier vorfinden, vier Inhalte in diesem DigiPack oder in dieser Deluxe Edition. Dann lesen wir hier unten noch die Credits. Okay, Blu-Ray, DVD, gut. Dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. So, als erstes haben wir hier ein riesengroßes Lichtermeer, also ein Live-Konzert hier von Andreas Burrani. Hier auf dieser einen Seite auch nochmal abgebildeten Schwarz-Weiß. Bevor wir zu den DVDs, CDs, Blu-Rays kommen, würde ich sagen, schauen wir uns mal das hier an. Ein Booklet im Hochformat, das kommt hier in dieser Stecktasche. So, auch hier lesen wir wieder Hey und hier haben wir die Menge abgebildet. Also das Publikum bei einem der Konzerte. Hier sehen wir auch Andreas Burrani. So sieht das aus. Also wenn man das jetzt mal hier aufklappt, ja, dann ist das hier zusammengehörig. Dann schauen wir mal rein. So, das ist die Crew, also die Leute, die auf der Bühne für den entsprechenden Sound sorgen. Und natürlich Andreas Burrani hier auch. Dann hier das Mikrofon. Und so sieht das dann aus. Also ein Booklet mit Schwarz-Weiß-Fotos, aber auch manche hier in Farbe, beziehungsweise mit einem Farbfilter hier so überlegt. Genau. Und hier bekommt man Eindrücke, wie das Ganze hier so live abgeht. Hier unter anderem die Technik. Und natürlich jede Menge Fotos vom Sänger, aber natürlich auch von seiner Band, von den Musikern. Ja, zum Abschluss haben wir dann hier auch wieder in dieser Diamanten-Optik die gesamten Credits zum Album. So sieht das aus. Das sind dann die Credits zu DVD, beziehungsweise Blu-Ray. Und hier haben wir noch eine Danksagung. So, was lesen wir hier? Herzlichen Dank an die großartige Band. Die einmalige Crew, das famose Management, das bahnbrechende Label und die beiden starken Booking-Agenturen. Sowie zwei Film-Crews, die Zauberkräfte haben. Und an dich danke, dass du zu unseren Konzerten kommst und diese CD-DVD in deinen Händen hältst. Ja, habe ich gern gemacht. Auch wenn ich nicht am Konzert war, aber ich habe mir das hier gekauft. So, hier geht es dann los. Hier haben wir die CDs und zwar CD1 in weiß und rot. Und darunter dann CD2. Wie gesagt, auf CD1 haben wir hier 10 Tracks. Auf CD2 nochmal 9. Also 19 Live-Tracks hier drauf. Hier sehen wir auch nochmal das Panorama. Ich werde es einfach mal draußen lassen, damit man es dann wirklich im Gesamten sehen kann. So, und natürlich das Ganze auch noch auf Video. Bedeutet, nicht nur Audio, sondern hier ist auch nochmal die DVD mit dabei. Ab null Jahren freigegeben. Wir haben hier den FSK0-Sticker gesehen. Und dann haben wir zu guter Letzt noch die Blu-Ray. Also je nachdem, wie man es bevorzugt oder wie man es vom Gerät her zu Hause hat, kann man das Ganze auf DVD oder auf Blu-Ray sehen. Und jetzt sehen wir auch hier dieses Panorama. Also, das ist der Blick, der sich hier von der Bühne bietet. Die Menschen hier alle mit ihren Handy-Kameras, mit ihren Handy-Lichtern im Dunkeln abgebildet. Das sieht schon echt gut aus. Gut, dann würde ich sagen, packen wir die Inhalte wieder zurück. DVD und Blu-Ray zur Rechten. Sowie CD2 und CD... Na... So, CD2 und CD1 zur linken. Ja, wie gesagt, Booklet ist auch noch dabei, hier in dieser Stecktasche. Gut, das war es soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Deluxe Edition befindet. Die beiden CDs, wie gesagt, 10 plus 9, 19 Tracks gesamt auf den beiden Live-CDs. Und natürlich die gesamten Eindrücke, das gesamte Konzert auch nochmal auf DVD und Blu-Ray mit dabei. Inklusive Booklet natürlich. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Deluxe Edition. Hey Live von Andreas Burani. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album, beziehungsweise dieser Edition. Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Andreas Burani unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt euch auf. Ciao.